Jahrelang suchte Gerhard Richter nach einem Ort, um seine faszinierende Installation umsetzen zu können. Der im Jahre 1932 geborene Maler und Bildhauer gilt als einer der bedeutendsten Gegenwartskünstler. Er schenkte der Stadt Münster das Kunstwerk, das den Titel zwei graue Doppelspiegel für einen Pendel trägt. In der Dominikaner Kirche ließ er eine dunkle Bodenplatte verlegen, über die eine 48 Kilogramm schwere Messingkugel an einem 29 Meter langen Seil schwingt, dessen Bewegung die Erdrotation symbolisiert. Die ganze Installation versetzt die zahlreichen Besucher ins Staunen und bereichert die Kulturstadt Münster um ein weiteres Kunstwerk. Dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr kann man sich kostenlos faszinieren lassen. Dienstag bis zu Ende. Lieber St. Nein, dass du so engl newest an und freemblätstscher hast du. Sindag bis zum nächsten Mal. 있고 zum nächsten Mal. Das war so schnellst bürtt.